Hi und willkommen zu diesem Video von Endlich Jura. Ich habe mir vor einiger Zeit die Frage gestellt, ob man sich wirklich so lange aufs Examen vorbereiten muss, wie das viele meinen und wie mir das auch seinerzeit geraten wurde. Es gibt leider eine unschöne Wahrheit über eine lange Examensvorbereitung und die möchte ich in diesem Video mit dir teilen. Und genauer genommen die Frage beantworten, ob du dich wirklich zwei Jahre und mehr auf die Examensklausuren vorbereiten musst. Ich wollte es ganz genau wissen und deswegen habe ich letztes Jahr meine komplette E-Mail-Liste, mittlerweile 4000 Personen drauf. Ich habe meine Facebook-Gruppe gefragt, da sind auch nochmal zweieinhalb bis dreitausend Personen drin gewesen. Wenn du deine Examensklausuren bestanden hast, wie lange hast du dich vorbereitet und hast du dabei deine persönliche Mindestpunktzahl erreicht? Oder bist du hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben? Und das Ergebnis fand ich verblüffend und wollte ich heute in diesem Video mit dir teilen. Was habe ich also gefragt? Wir schauen es uns der Reihe nach an. Ich habe mal einfach ein paar Antworten aus dieser Umfrage, die wirklich repräsentativ für sie sind, herausgepickt und gehe sie mal mit dir durch und gebe dir auch so ein bisschen Hintergrund darüber. Hier, wie lange hast du dich auf das Examen vorbereitet? Insgesamt zwei Jahre, zwei Anläufe genommen. Hast du deine persönliche Mindestpunktzahl in den schriftlichen Prüfungen erreicht? Nein. Hier hat sich also jemand zwei Jahre, also ganz offensichtlich im Endeffekt erfolgreich, auf das erste Staatsexamen vorbereitet. Ich nehme mal an, entweder mit Freiversuch und Verbesserungsversuch oder mit nicht bestandenem Freiversuch und schließlich dann erst im regulären Versuch. Ganze zwei Jahre hat dieses Projekt Examensvorbereitung in Anspruch genommen und es hat trotzdem nicht zur persönlichen Mindestpunktzahl gereicht, unabhängig davon, wie die ausgesehen haben mag. Wie lange hast du dich vorbereitet? 18 Monate. Es hat leider trotzdem nicht gereicht. Was wir aus diesen ersten zwei Antworten schon mal herauslesen können, ist, dass man nicht unbedingt, je länger man sich vorbereitet oder desto länger man sich vorbereitet, dann eher auch seine Wunschnote erreicht oder vielmehr seine Mindestpunktzahl. Danach habe ich ja hier eigentlich gefragt. Es kann sein, dass, selbst wenn man ein Jahr, anderthalb Jahre, wie hier zwei Jahre seiner Zeit wirklich investiert und wahrscheinlich auch einen Großteil der Zeit unterhalb der Woche oder innerhalb der Woche, dann heißt das nicht zwingend, dass man auch das schafft, was man sich vorgenommen hat. Hier hingegen haben wir eine Antwort, wo die Person sechs Monate sich vorbereitet hat und im Endeffekt 10,7 Punkte allein in den schriftlichen Klausuren erreicht hat, was wahnsinnig gut ist. Und wenn du dir die Statistiken ansehen würdest, würdest du feststellen, das ist ganz, ganz oben mit dabei im Ranking. Hier hat jemand ganz offensichtlich eine sehr gute Strategie für sich gefunden, wie er auch in einem relativ kurzen, das sage ich bewusst betont, relativ kurzen Vorbereitungszeitraum seine, ich würde mal wirklich hier behaupten, Wunschnote auch erreicht hat. 10,7 sind wahnsinnig gut. Wie lange hast du dich vorbereitet? 5 Monate, ja. Was heißt das natürlich nicht? Das heißt nicht, dass je kürzer ich mich vorbereite, desto eher erreiche ich meine Ziele. Das heißt einfach nur, dass es möglich ist, sich kurzfristig oder in einem relativ kurzen Zeitraum vorzubereiten und tatsächlich seine Ziele zu erreichen. Das heißt, dass eventuell meine Chancen auf das Erreichen meines Ziels vielleicht sogar dadurch sinken, dass ich mir zu lange Zeit lasse. Denn welche Gefahr, welche Gefahr laufe ich da? Auszubrennen, zu viel zu machen, in den Examensklausuren ausgepowert zu sein, das ist das Letzte, was du willst. Oder hier, wie lange hast du dich vorbereitet? Könnte von mir sein. 4 Monate und ja. Ich habe mich seinerzeit 3,5 Monate auf die Examensklausuren vorbereitet, nachdem ich mir eine halbjährliche Auszeit genommen habe. Was will ich dir damit eigentlich nur sagen? Es geht. Du kannst dich in Rekordzeit auf deine Prüfungen vorbereiten. Es müssen nicht mal deine Staatsexamensklausuren sein. Deswegen möchte ich dich ganz herzlich nochmal einladen, solltest du dich noch nicht angemeldet haben, zu meinem neuen Webinar. Das habe ich also im Juli erstmalig gestreamt beziehungsweise dort noch live veranstaltet. Und das lege ich jetzt erst zum zweiten Mal auf. Ich habe so ein paar Änderungen vorgenommen, das wirst du sehen, wenn du schon mal in das Webinar hineingeschaut hast. Du kannst dich jedenfalls kostenlos anmelden. Schon länger, aber du kannst es vor allem ab heute auch endlich sehen. Noch bis Sonntagabend 23.59 Uhr, dann verschwindet auf magische Art und Weise diese Page, auf der das Webinar du aktuell noch findest. Du musst dich dafür anmelden. Das kannst du über den Link in der Videobeschreibung machen oder im Kommentarfeld. Ich bin sicher, ich werde dir im Abspann auch nochmal einen Link einblenden. Du kannst die Anmeldung nicht verfehlen. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben und dir zu zeigen, wie du dich wirklich in Rekordzeit auf deine Prüfungen vorbereiten kannst. Seien es deine Examensklausuren, seien es große Übungen, das Hauptstudiumklausur innerhalb dessen oder auch einfach nur deine Zwischenprüfung. Und ganz egal, die Strategie ist immer dieselbe und ich teile sie hier mit dir. Und ich will dir zeigen, wie du wirklich in sechs Wochen oder weniger oder ein bisschen mehr das rausholst, wo andere viel, viel länger für brauchen oder es vielleicht, wie wir leider heute gesehen haben, gar nicht schaffen. Das ist mein Versprechen an dich. Melde dich jetzt gratis an.